Was ist das Teleologische Argument? Das ist ein Lightfoot-Kalender und diese jungen Erdekreationisten sagen, solange sie aus dem Christensturm stammen, der Gott hat mit der Schöpfung der Welt begonnen am 22. Oktober 2004 vor der Zeitwende und zwar kurz vor dem Abendessen am frühen Abend. Warum am frühen Abend? Da war der Sabbat vorbei. Der Sabbat fängt immer mit dem Sonnenuntergang, beginnt also quasi den nächsten Tag. Das heißt, da war der Sabbat vorbei, da hat er angefangen sich darum zu kümmern und war halt sechs Tage später fertig und hat wieder den Sabbat begonnen. Dann gibt es alte Erdekreationisten, die sagen, ja, Genesis ist mehr so eine Metapher, das ist eine Analogie. Wir können uns vorstellen, dass die Welt in sieben Äonen geschaffen wurde. Oh. Oder sowas. Und das heißt ja natürlich, dass das viel längere Zeiträume gewesen sein können. Und die Welt kann daher also Millionen von Jahren. Ich mache hier Scarecrow's in die Luft. Ich mache hier Anführungsstriche in die Luft. Millionen von Jahren könnte die Welt alt sein. Das ist natürlich immer noch um Faktor 10.000 falsch. Aber irgendwie wurde Gott, wurde die über diesen Zeitraum hinweg von Gott geschaffen. Und zwar auch durchaus hat er sich die Mittel der Evolution also zunutze gemacht und hat sich das immer angeguckt und das dann in die Richtung geschubst, in die er das haben wollte, bis wir dann irgendwann fertig waren. Und all die bunten Vögel. Das ist ja sozusagen der Unterschied so ein bisschen, dass die schon eigentlich die Idee der junge Erdekreationisten vertreten, aber dann doch Zugeständnisse an ihre Ratio machen und sagen, ja, okay, wir müssen das ein bisschen plausibler hinstellen. Und für mich hört sich das so an, als ob die im tiefsten Inneren wissen, dass die Quatsch erzählen und dann so ein paar Dinger an der Geschichte verändern, sodass sie eigentlich Zugeständnisse an ihre eigene Ratio machen, die sich irgendwo in ihrem Bauch dreht und wendet. Und dann sagen, ja gut, dann halt Faktor 1.000 Jahre, ein Tag und so weiter. Das ist doch lustig. Ich meine, ja, mein Bauchgefühl ist das auch, dass sozusagen, ihr müsst doch wissen, dass ihr Unsinn erzählt. Aber je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger bin ich davon überzeugt, muss ich zugeben. Ah, okay, verstehe. Also junge Erdekreationisten, alte Erdekreationisten und dann gibt es noch welche, die sich als Wissenschaftler tarnen, die sagen dann, das ist Intelligent Design. Und statt einer Mutation und natürlicher Selektion gibt es also eine allmächtige Intelligenz, die die Entwicklung des Universums und des Lebens darin leitet. Die muss es geben, aber wir wissen nicht, was für eine Intelligenz das wohl sein könnte. Das heißt, die machen also den letzten Schritt nicht und sagen, ja, das ist unser Gott, sondern die sagen, ja, das ist ja noch völlig offen, wer das sein könnte und so weiter und so fort. Aber weil wir das jetzt, diesen letzten Schritt nicht machen, müssen wir total wissenschaftlich sein. Aha. Das machen sie dann, um sich in, das kann ich gleich noch was zu sagen, um sich in Schulbücher reinzuschlawenzeln und sowas. Das heißt, die definieren sich dem Gott so, dass keiner mehr was davon hat eigentlich. Sie definieren sich selbst als unreligiös. Toll. Okay, und dann habe ich mir mal angeguckt, mit was für Argumenten die Kreationisten dann halt vorgehen. Und in der Regel ist das so ein naiver Kinderglaube, den die Leute vertreten, das soll, was sie machen wollen, ist, sie wollen irgendwie Zweifel an der Evolution wecken und stellen dann den Kreationismus als einzige mögliche Alternative zur Evolution dar. Das heißt, wenn du einen kleinen Fehler in der Evolution findest oder irgendwelche Ungenehmigkeiten oder wissen wir halt nicht, dann sagt das, aha, das stimmt ja gar nicht, darum Gott. Dann muss das andere wahr sein. Und die Argumente, mit denen die Leute zu Werke gehen, sind wirklich, sind herzallerliebst. Da habe ich mal, da gab es eine, fangen wir mit etwas Englischsprachigem an, da gab es irgendeine Debatte zwischen Kreationisten und normalen Menschen und dann hatte ein sehr cleverer Fotograf, hatte die Person gebeten, auf einem großen Blog ihre Hauptargumente für den Kreationismus zu notieren und den Freundlichen in die Kamera zu halten. Und hat das fotografiert, da können wir einen Link zu online stellen, das ist auf Buzzfeed, das ist wirklich herzallerliebst, das sind halt freundliche Menschen, die die Kamera strahlen und was unglaublich Dummes auf ihrem Blog geschrieben haben. Meine persönlichen Highlights sind, how do you explain the sunset if there is no God? Wunderbar. Das hört sich eher danach an, ja, geh halt in die Schule und hör zu. Wenn man mit den Leuten Ping-Pong spielen will, dann sagt man ihnen, how do you explain cancer if there is no God, you know, if there is no omnibenevolent God. Und ein anderes Beispiel ist mein persönliches, mein persönliches Lieblings, meine persönliche Lieblingsfrage, if people come from monkeys, why are there still monkeys? Ah, ja, aber das ist auch der Fall, geh halt zur Schule und hör zu, dann wird die Frage dir bestimmt erklärt. Meine Antwort ist, if Americans come from Europeans, why are there still Europeans? Sehr gut. Sehr schön, das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Also kann man da, ach, das ist ja toll. Es gibt ja auch immer mal wieder Kreationisten, die im Blog meinen, sie müssten jetzt mal was schreiben und dann habe ich das Zitat nicht mehr gefunden, aber da hat jemand sinngemäß gesagt. Ihr Evolutionisten, das sind also, normale Leute werden als Evolutionisten oder Darwinisten bezeichnet, ihr behauptet, wenn ein Wolf immer wieder von einer Klippe springt, wachsen ihm irgendwann Flügel und er wird zum Adler. Das ist albern. Das ist. Das könnt ihr nicht ernsthaft glauben. Deshalb Gott. Ja, da hat er ja recht. Das Lustige ist, das behauptet ja gar keiner. Das ist ja herrlich. Herrlich. Ich glaube, die erzählen sich das immer wieder gegenseitig. Da werden Strommänner aufgebaut, was die Evolution Absurdes behaupten würde und dann kommt da halt sowas dabei rum. Ein beliebtes Argument ist auch, dass es müsste, wenn die Evolution stimmt, müsste es ja ganz viele Zwischenstufen zwischen den Spezies geben. Und wo sind denn die Zwischenstufen? Warum gibt es keine Fossilien zu Zwischenstufen? Aber gibt es doch. Also ich würde sagen, das gibt es doch. Ja, ein, zwei. Aber es müsste ja unglaublich viele geben. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was die machen wollen. Die möchten Verwirrung stiften und zwar mit einer solchen Frequenz Verwirrung stiften, dass sie meinen, in diese verwirrten Geister kann dann Gott eindringen und dann wird alles gut. Die Antwort ist natürlich, wir sind ja alle Zwischenstufen. Wir haben das Konzept überhaupt nicht verstanden. Alles, was man findet, sind irgendwie Zwischenstufen, weil es ja eben Spezies im Fluss sind in sehr großen Zeiträumen. Ja, und das Ende ist ja offensichtlich noch nicht erreicht. Es wird auch nie ein Ende erreicht werden. Genau. Aber das Sie dann sagen, ist ja, ja, das ist ja alles bloß Mikroevolution. Sie machen also einen Unterschied zwischen Mikroevolution und Makroevolution und sagen, Mikroevolution, das gibt es, wenn eine Bakterie zu anderen wird. Aber eine Bakterie kann zum Beispiel nie zu einer Ente werden. Ja, gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Also was die in Zwischenstufen wollen, ist, man kann denen, also man kann denen, ich sag mal jetzt, selbst wenn man ihnen ganz genau was zeigen könnte, sind sie damit nicht zufrieden. Was sie wollen, ist ein Affenfrosch. Ja. Die wollen erst, was eine Hälfte ein Affe ist und eine Hälfte ein Frosch ist und das wäre also der Beweis. Und was auch noch? Oder ein Enten-Hippo. Nur das Problem ist, lass mich das noch eben den Gedanken zu Ende führen, ist, wenn du denen ein Enten-Hippo oder ein Affen-Frosch zeigst, dann ist zwar die Lücke gefüllt, aber dann drehen die sich um und sagen, aha, da sind ja zwei Lücken. Links und rechts davon. Wo ist denn die Zwischenstufen? Links und rechts davon. Sehr gut. Also die haben sich das schon so lange überlegt, dass das mit so rationalen Argumenten guckt man da glaube ich nicht. Also das ist eine Lückensucher-Strategie. Wenn auch irgendwo nur die kleinste Lücke ist, dann wird Gott da reingestopft. Es gibt auch im deutschen Bereich, wo habe ich das gefunden? Moment, jetzt muss ich auch mal auf das Internet drücken. Da habe ich gefunden, es gibt die 40 Fragen an die Evolutionisten. Die 40 Fragen an die Evolutionisten von der Seite, die sich der Verteidigung der wahren katholischen Kirche verschrieben hat. Und die 40 Fragen an die Evolutionisten sind ungefähr 120 Fragen, die die Evolution als komplett absurd darstellen sollen und dann zeigen, dass die einzig vernünftige Alternative ist, dass es einen Gott gibt. Und ich habe mir mal ein paar Fragen rausgesucht, ein paar sind einfach endlos lang und bammtwurmig. Aber da steht, wir haben es halt mit Fragen zu tun, wie zum Beispiel, in den Textbüchern unserer Kinder wird oft der Stammbaum der Evolution abgebildet. Warum hat dieser Baum keinen Stamm und keine Äste? Ich habe mir diese 40 Fragen auch mal durchgelesen und ich fand, das sind eigentlich nur vier oder fünf verschiedene und dann treten die immer wieder neu formuliert auf irgendwie. Das mit dem Stammbaum habe ich nicht verstanden. Ich glaube, das kann man nicht verstehen. Wenn sich das Sonnensystem aus dem Urknall entwickelt hat, warum drehen sich mindestens drei Planeten rückwärts? Ja, was heißt denn rückwärts? Warum ist die Materie nicht gleichmäßig bei einer Explosion im Raum verteilt, sondern unregelmäßig? Ja, aber da gibt es auch ganz tolle Untersuchungen. Ich glaube auch, diese Person hat noch nie eine explodierende Kaffeemaschine gesehen oder sowas. Gesehen, wie sich das gleichmäßig... Und da gibt es auch Simulationen in Großrechnern zu solchen Gasproblemen und so. Woher? Ah, Till, du musst das gefühlsmäßig angehen. Du musst es ganz warm und fuzzy werden lassen. Woher kommt der Raum für das Universum? Wohin breitet es sich also aus? Warum sollte sich eine Pflanze bzw. ein Tier fortpflanzen wollen, wenn dies doch zu mehr Konkurrenz bezüglich der Nahrung führen würde? Ja, und dann stehen so ganz viele Fragen. Haben Sie schon mal sowas Schönes wie das und das gesehen? Woher soll das dann kommen oder so, ne? Genau. Zwei noch. Ist es seriöse Wissenschaft zu glauben, dass Wasserstoff sich in Menschen entwickelt hat? Und zum Schluss noch mein persönlicher Favorit. Warum haben wir keine größeren Wüsten, wenn doch die Wüsten jedes Jahr wachsen? Ach, herrlich. Das habe ich auch nicht verstanden. Der Hintergrund mit den größeren Wüsten ist natürlich, das macht keinen Sinn, wenn das Universum 13,7 Milliarden Jahre alt ist, weil dann wären die Wüsten ja schon viel größer. Wenn die Welt aber nur 6000 Jahre alt ist und ich das Wachstum der Wüsten rückwärts rechne, komme ich irgendwann bei der großen Flut an. Okay. Und bei Noah. Also wie gesagt, das sind Fragen, die sind dazu angetan, Verwirrung zu stiften, ein fuzzy Feeling zu führen. Niemand wird von sowas überzeugt und die Idee ist dann, glaube ich, dass dann die wahre Erkenntnis oder dass der Heilige Geist kann dann über dich kommen, wenn du halt von diesem Aberglauben abgelassen hast und der kann dir dann erklären, wie es wirklich ist. Tja, das ist, finde ich, erstaunlich nahezu so Esoteriker-Sachen, dass man einfach so Pseudofakten und so Fragen, die überhaupt nicht schlau sind, aber schlau klingen sollen, stellt. Und dann grätscht man mit seiner eigenen kleinen Erklärung da rein, zum Beispiel Chemtrails oder hier in dem Fall Gott. Ja, Religion und andere Esoteriker. Ja, genau. Das ist genau das Gleiche. Ja, und dann habe ich mal geguckt, wie ist das denn so? Kreationisten vermutet man in der Regel ja in den USA. Das gibt ja auch immer wieder Umfragen, was da zu ungefähr 40 Prozent der Leute Kreationisten sind. Ich habe eine Studie von 2005 gefunden, da sagen 78 Prozent God created life on Earth, 5 Prozent sagen Universal Spirit or higher power was responsible for the creation. Das sind dann halt 5 Prozent, die sich dann ein bisschen vorsichtiger sind und dann irgendwie als Intelligent Designer vielleicht definiert werden können. 2009 Umfrage 39 Prozent der Leute in den USA sind junge Erde Kreationisten und 2014 Umfrage mit einer anderen Stoßrichtung sagen 40 Prozent der Evangelikalen, da würde ich also davon ausgehen, dass ziemlich viele von denen sind Kreationisten, mehr als 40 Prozent dieser Kreationisten sprechen sich in der Umfrage dafür aus, dass in den Schulen Kreationismus anstatt Evolution gelehrt wird. Also nicht zusätzlich, sondern anstatt. Ja, Radikalisierung ist Unsinn. Gut, das vermutet man, dass die Amerikaner in dieser Hinsicht merkwürdig sind, darüber kann man lachen, das ist ja witzig und das hat man ja schon oft gehört. Und sowas kann uns ja gar nicht passieren in Deutschland. Okay, dann habe ich mal für Deutschland geguckt, da sind die Umfragen zum Teil schon auch ein bisschen älter. Es gibt eine Umfrage von dem, die offensichtlich ein Evangelikales Institut in Auftrag gegeben haben von 2002. Die sind darauf gekommen, dass 18 Prozent der Leute, die sie befragt haben, die sei auch repräsentativ, ich glaube denen das jetzt einfach mal in Deutschland sein, also wo ist es? Ich glaube, sie haben Deutschland, Österreich und Schweiz genommen, da seien also 18 Prozent der Menschen junge Erde-Kreationisten, 20 Prozent der Leute seien alte Erde-Kreationisten oder meinen, der Gott hätte ja irgendwie anders die Hand im Spiel. So viele? Die Umfrage ist aus dem Magazin Faktum, was glaube ich evangelisch respektive evangelikal ist. Jetzt kann man sagen, das sind aber viele, das sind ja fast 40 Prozent. Was sagen denn die anderen? Dann gibt es eine Umfrage, die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, die VORWIT. Das ist übrigens eine sehr gute Seite, VORWIT.de, das gehört glaube ich zur Giordano Bruno Stiftung. Und die sammeln und bereiten auf Sachen, Umfragen, die es gab, im eigenen Auftrag und im Auftrag anderer zu religiösen, gesellschaftlichen, spirituellen, was auch immer Themen. Das ist sehr interessant, das ist eine gute Ressource, um sich das mal anzugucken. Und die sagen halt, die haben eine Umfrage von 2005, dass 13 Prozent der Befragten meinen, also die sagen auch, sie sind repräsentativ, dass 13 Prozent der Befragten meinen, dass das Leben durch Gott geschaffen wurde, wie es in der Bibel steht. Das bezeichnen die als biblischen Kreationismus, ist also etwas anders definiert. Und weitere 25 Prozent der Leute wären überzeugt davon, dass das Leben von einem höheren Wesen, beziehungsweise von Gott geschaffen wurde, aber in einem langwierigeren Entwicklungsprozess, der von diesem Wesen gelenkt wurde. Die sagen, das ist eine modifizierte Variante des Kreationismus und sagen, das heißt Intelligent Design. Man könnte das auch sagen, dass das dieser alte Erde Kreationismus ist. Das ist ja auch ein bisschen webeliwobbeli. Wenn man diese beiden Umfragen anguckt, ich habe leider nichts Aktuelles gefunden, aber gut, ich schätze, dass sich auch in den letzten zehn Jahren die Meinungen der Leute zum Thema eher langsam entwickeln. Hättest du halt was von 13 bis 18 Prozent der Leute in Deutschland, die eine junge Erde Schöpfung vertreten und 20 bis 25 Prozent, die sagen, ja, es ist eine alte Erde, aber der Gott hat das gemacht. In respektive Schrägstrich, das ist Intelligent Design. Du hast also 30 bis 40 Prozent der Leute in Deutschland, die sagen, die Welt ist so eine Schöpfung Gottes, dass er da halt die Kontrolle drüber hatte. Das hätte ich nicht gedacht, dass das auch in Deutschland solche Massen an Menschen glauben. Ich hätte es schon gedacht. Also gerade dieses, dass ja, dass da zumindest so ein bisschen noch ein höheres Wesen im Spiel war. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, ich meine, viele Leute denken über sowas natürlich nicht nach, weil die da nie zukommen oder da keinen Bedarf sehen. Und wenn denn jetzt jemand kommt mit einem Stift in der Hand und fragt dich, sagen wir mal, wie ist das denn jetzt? Glauben Sie, haben Sie das, haben Sie diese Evolutionstheorie, haben Sie die eigentlich verstanden? Und wie ist das denn so? Und dann denkt er, ja, die Evolution sagt, dass der Adler so, nein, dass der Wolf so lange von der Klippe springt, bis ein Adler wird. Und das ist ja Unsinn. Nein, das kann ja wohl nicht sein. Das heißt, die Leute denken da noch nicht, haben sich vielleicht keine Meinung gebildet, haben da noch nie was von gehört, weil das in ihrem Alltag nicht wichtig ist. Und sagen dann halt, was ihnen gerade einfällt. Ja gut, okay, ich will dann auch vorstellen, dass die Leute sagen, okay, woher kam denn der Urknall? Ja, das hat halt Gott gemacht. Und das hat dann dann schon in die Kategorie fällt der Leute, die halt einen Intelligent Designer vermuten. Ja, nein, nein, das geht jetzt nicht um den Urknall, sondern um den Ursprung des Lebens, dass so ist, wie es ist. Ja, aber es sind vielleicht auch viele Leute, die doch irgendwie christlich sind. Und es sind ja nun doch noch eine ganze Reihe, auch wenn sie vielleicht nicht in der Kirche sind und da an Gott glauben. Und dann muss man ja erst mal auch dieses, also das Wissenschaftsbild mit dem Glaubensbild in Einklang bringen. So, dass man einerseits sagt, so, okay, wir wissen ja jetzt, dass das Gott gar nicht erschaffen hat, aber wie kriegen wir das irgendwie zusammen, dass Gott immer noch eine Rolle spielt? Und so gleicht sich das dann irgendwie, so wird das dann zusammengemengt. Ja, das kann gut sein, ja. Aber es überrascht mich irgendwie trotzdem. Das klingt vernünftig. Das wird genau so sein. Nun, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass, haha, diese Amerikaner, 40 Prozent der Leute sind Kreationisten. Das ist, sich da so drüber lustig zu machen, das ist zwar schön und selbstvergewissernd, das könnte uns ja nicht passieren. Nein. Aber tut es halt schon. Ja, gut, das ist cool. Da habe ich mal geguckt. Cool, dass du das rausgesucht hast. Finde ich interessant. Wir wissen ja, dass die in den USA, haben ich ja eben gesagt, und die sind ja auch sehr mächtig und gut organisiert, während viele normale Leute, in Anführungsstrichen, sich von der Politik sehr abgestoßen fühlen und sich deshalb nicht beteiligen wollen, gehen die Kreationisten, oder die Hardcore-Religiösen, deren ewiges Leben ja in Gefahr ist, immer schön zu den Townhall-Meetings und stimmen überall mit. Und deshalb haben die auch große Schwierigkeiten damit, dass absurde Sachen in die Schulkanon aufgenommen wird, dass absurde Dinge beschlossen werden und geändert werden und dass sie immer wieder versuchen, diese Trennung zwischen Staat und Kirche, die es dort gibt, unter Beschuss zu nehmen. Und so habe ich mal geguckt, wie ist das denn in Deutschland, wenn es hier auch Kreationisten gibt. Was haben die denn für eine politische Bedeutung? Und ich habe erst mal eine Reihe von Sachen aus den Nullerjahren gefunden. Da gab es zum Beispiel damals, als Dieter Althaus Ministerpräsident in Thüringen war, der hat also, ich glaube, Tagungen veranstaltet, bei denen Kreationisten und Evolutionsforscher über die verschiedenen Ansätze diskutieren. Und Althaus hat gesagt, dazu gäbe es schließlich kein abgeschlossenes wissenschaftliches Konzept. Ach, wieso das denn nicht? Also im Sinne von, Evolution ist ja nur eine Theorie. Das sagen die ja oft, es ist ja bloß eine Theorie, es ist ja überhaupt nichts bewiesen, es gibt ja keine Beweise und so weiter und so fort. Wo sind denn die Zwischenstufen? Wo ist der Elefantenfrosch? Und 2007 gab es eine Initiative von der Kultusministerin Wolf in Hessen, Teile der CSU und auch Roland Koch, der Ministerpräsident, hat sich dafür also auch dann stark gemacht, Kreationismus auch im Biologieunterricht zu besprechen in Hessen. Also im Biologieunterricht und nicht im Religionsunterricht, sondern im Biologieunterricht als alternative Weltsicht. Ich dachte echt, das gäbe es in Deutschland so nicht. Das war 2007 und dann war erst mal ein Loch. Und aktuell gibt es, das hat meines Erachtens auch alles, die Leute waren empört oder haben die ausgelacht? Und dann haben sie erst mal nichts mehr gemacht und im Moment gibt es eher so sporadische Lebenszeichen. 2013, also vor drei Jahren, gab es zum Beispiel den Verband Evangelischer Bekenntnisschulen, der heißt VEBS. Und dazu gehören ungefähr 170 Schulen von Grundschule zum Gymnasium. Und die sagen, die sind jetzt vorsichtig geworden und sagen, wir wollen die Naturwissenschaften für religiöse Deutungen öffnen. Oh, öffnen, aha. Also abschaffen. Und sagen, eine Betrachtung von empirischen Erkenntnissen im Licht der Bibel ist methodisch gleichrangig mit der Betrachtung der Naturwissenschaft. Und sagen dann, zu einer wissenschaftlichen Vorgehensweise gehört die Offenheit für verschiedene Antworten. Ja, aber das haben wir doch hunderte Jahre gemacht und das... Die gehen also offensiv gegen die konventionelle wissenschaftliche Methode vor und sagen, weil die Wissenschaft eine göttliche Instanz von vornherein ausschließt, in Klammern, das stimmt ja gar nicht. Ja. Sei sie ebenso wenig beweiskräftig wie der Glaube selbst. Das ist also auf dem gleichen Level. Ich kann das also als gleich darstellen. Oh, geil. Dabei hat man noch hunderte von Jahren genau diese Offenheit in der Fragestellung und für andere Ergebnisse und das immer wieder überprüfen von anderen Leuten genau dazu geführt, dass die Wissenschaft heute auf dem Stand ist, auf dem sie ist. Ja, Wissenschaft, it works, bitches. Und da gibt es zum Beispiel, da hat hier jemand die Georg-Müller-Schule mit ungefähr tausend Schülern in Bielefeld gefunden. Wenn man da lehrt, dann muss man also bestätigen, dass man wiedergeborener Christ ist. Das heißt, man muss an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi glauben und an die Sechstageschöpfung. Nicht schlecht, sagt also der Trägerverein. Diese Sechstageschöpfung macht nur Sinn im Kontext davon, dass die Erde jung ist. Die Erde ist unter 10.000 Jahre alt. Und dann haben sich hier noch, da gehört sich zum Beispiel hier, da ist ja Ulrich Kutschera, der ist ja weiter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist im Beirat der GBS und ist offensichtlich auch Professor am Institut für Biologie in Kassel, an der Universität Kassel. Und hat dazu gesagt, den so indoktrinierten Schülern wird vorgegaukelt, Glaubensinhalte und mühselig erarbeitete wissenschaftliche Fakten seien gleichberechtigte Sachverhalte. Das ist unwissenschaftlich, erscheint aber für Laien plausibel. Und das ist halt genau was, was sie machen. Sie versuchen es auf eine Stufe zu stellen, ihren Kinderglauben und die Erkenntnis der letzten 400 Jahre und sagen, ja, wenn das gleichwertig ist, steht es ja 50-50. Und ist doch klar, oder? Ja oder nein, 50-50. Ist doch so. Also müssen wir jetzt noch mal weitere paar hundert Jahre von vorne anfangen mit der Diskussion. Was ich dann noch, dann habe ich noch zwei Reaktionen aus der Politik gefunden in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg gibt es ja eine starke pietistische Gemeinde. Die haben ja auch den Stress da mit diesen Lehrplänen gemacht, wo sie gesagt haben, es wäre vielleicht gut, wenn wir nicht zueinander sind und nicht über Leute aus Minderheiten herfallen. Und die Kultusministerin, die SPD-Kultusministerin damals in Baden-Württemberg hat gesagt, ja, solange die da den staatlichen Bildungsplänen Rechnung tragen, also auch Evolution besprechen, könnten sie sich über, wie war das, könnten sie weitergehende Beurteilungen, insbesondere zu den religiösen Bekenntnissen, nicht vornehmen. Das hatte ich ja mal so gesagt, was ihr da macht, geht uns nichts an, solange ihr was zur Evolution erzählt und die Senatsverwaltung für Bildung in Berlin sieht, wie ist das Zitat, Ausführungen zu Evolution und Schöpfungslehre an christlichen Bekenntnisschulen als durch das Gesetz gedeckt. Oh, das ermute ich. Also um das zusammenfassen, im Moment verhalten die sich unauffällig, aber wir müssen sehr aufpassen. Wenn die irgendwo eine Lücke wittern werden, dann werden die die nutzen, um die Allgemeinheit mit ihren Ideen zu beglücken. Politisch-gesellschaftlich habe ich den Eindruck, dass die Leute langfristig wahrscheinlich auf dem Vormarsch sein werden oder stärker werden, weil ganz viele normale Leute aus den Kirchen austreten und dann harte Christen übrig bleiben, die sich dann die in der Bundesrepublik gewachsenden Strukturen der Kirchen zur Nutze machen werden für ihre eher extremen Vorstellungen. Und darüber hinaus, auf, wie soll ich denn sagen, persönlicher Ebene, mir ist das eigentlich egal, was die Leute glauben, sollen sie doch. Nur das Problem ist ja, wenn die Leute erstmal daran gewöhnt sind, irgendeinen irrationalen Baustein ohne, wie Kreationismus zum Beispiel, ohne skeptisches Nachfragen oder Nachdenken in ihr Weltgebiet, das zu akzeptieren, dann werden die auch andere Sachen in ihr Weltbild aufnehmen, wie Homöopathie, Chemtrails oder dieses Impfgegnertum. Ich habe jetzt ja gesehen, dass sich auch wieder Gedanken darüber gemacht wird, dass die Erde vielleicht doch flach ist, weil alles andere eine große Verschwörung wäre und so weiter. Die Leute fangen also an, den größten Unsinn zu glauben, wenn sie erstmal daran gewöhnt sind, ohne nachzufragen, irrationalen Unsinn zu glauben. Das, ich denke, sind die beiden großen Probleme damit. Das eine ist politisch, wir müssen aufpassen, die kein Wettbild haben. Und das andere ist, da sind Leute, die haben die Augen zu und die sind in einem Raum, der ist eckig. Der Raum ist aber rund. Und jetzt wundern die Leute, dass sie sich ständig gegen die Wände laufen, weil sie meinen, der Raum müsste ja rund sein. Also die Welt ist ganz anders, als sie sich das vorstellen. Und die kommen damit halt nicht weit. Macht das irgendeinen Sinn? Ja, ich finde das relativ pessimistisch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das Internet zum Beispiel dazu beitragen kann, dass sich solche unsinnigen Sachen weiterverbreiten, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Internet auch dazu beitragen kann, dass es auch Stimmen gibt, die dem entgegenstehen. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Ja, aber ich finde es schon interessant, warum das auch so attraktiv ist, dann daran zu glauben. Es vereinfacht die Sache natürlich komplett. Also Evolution zu verstehen, die Zeit zu verstehen, ist halt auch kompliziert. Zu sagen, das hat irgendjemand gerade erschaffen, ist halt auch attraktiv. Und ich würde auch vermuten, eine Prämisse ist da auch, dass wir als Menschen die Krone der Schöpfung sind und wir, dass eben das zielgerichtete Ergebnis eines intelligenten Schaffensprozesses, damit fühlt man sich natürlich auch irgendwie toller und besser als, man ist so ein Zufallsprodukt und vielleicht kommt morgen nochmal ein anderes Zufallsprodukt. Und man ist dann auch mit besseren Rechten wahrscheinlich ausgestattet. Wenn man die Krone der Schöpfung ist, dann kann man sich dann wirklich alles erlauben, ohne das rechtfertigen zu müssen. Ja, das ist korrekt. Das ist halt wie, wie sagt man denn, die evoluziere Kränkung. Ich habe hier gerade ein Buch von Michael Schmetz-Salomon in der Hand, Manifest des evolutionären Humanismus. Und da listet er halt auf, mit was für Kränkungen die Leute, fundamentalen Kränkungen, die Leute zu tun haben. Nämlich mit der, hier wird die kopenikanische Kränkung, dass die Erkenntnis ist, dass die Erde nicht mehr Mittelpunkt des Universums ist, dass die darwinistische Kränkung entstanden aus dem Wissen, dass der Mensch ein bloßes, zufälliges Produkt der natürlichen Evolution ist und ein Primat der Familie der Primaten zugerechnet werden kann. Und die tiefenpsychologische Kränkungen resultierend aus der Erfahrung, dass der vom unterbewussten gesteuerte Mensch nicht mal Herr im eigenen Haus ist. Und jetzt kriegen wir eine Kränkung nach der anderen um die Ohren geschlagen. Zum Beispiel, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern einfach nur eine von vielen. Und das ist natürlich, wie ihr sagt, ein Ausweg. Ja, und das ist auch nicht zu unterschätzen, finde ich. Also wenn wir uns irgendwann fragen, warum das Eberkandidium zur Autorität sind. auf